Da sind wir auch wieder im nächsten Part Wieso macht der immer einen Screenshot? Naja Ähm Ja, wir wollten ja jagen gehen und nebenbei ein paar Orte suchen wo wir dann so landen können So Da kommen keine Tiere lang Man kann übrigens auch die Sicht so stellen Finde ich allerdings äh nicht so gut Also ich kann besser so spielen Da kommt echt gar kein Tier lang Da hinten ist ja eine Brücke Aber ich glaub das ist nicht Flusswald Flusswald war ja woanders Oh Wer hat mich denn entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Ist doch gar keiner Komisch Manchmal ist es geil Oh So ein super geiles Spiel Das ist jetzt ein kaiserlicher Bogen Also kein Jakob oder Rapport Das ist jetzt ein kaiserlicher Bogen Oh Alter, was ist das denn? Ich könnte mir sterben gleich machen Ich speichere mal Ich speichere mal hier Ich speichere mal hier Ich speichere mal hier Ich speichere mal hier So nehmen wir uns jetzt vor Was der denn jetzt? Komm her hier Ich speichere mal hier Ist jetzt ein kaiser Das ist ein kaiserlicher Bogen es es ist es gibt es ganz genau gesehen oh, alter Scheiße was ist mein Volk Treffen was geht es 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 die st 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 Vielen Dank.